Heute steht's langsam auf der heutigen Zeit. Das war der erste Anlagen von Festas. Ja, das ist sehr laut. Wenn der Wind richtig steht, ist er auf. Das ist nicht auszuleiten. Aber eigentlich mit der Entfernung ist es nicht auszuleiten. Wenn es in der Startung ist, ist es nicht auszuleiten. Und auch noch da an der Nähe. Aber ich freu mich, wenn du eigentlich hier an Fest. Und ich freu mich über die richtige rotierende Feinigen bei Qualität. Das ist nicht ganz gut. Vielleicht kann man das sogar fragen. Das provoziert natürlich. Ja, anders glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, wie sich das auf Dauer aussieht. Das ist ja auch gerade. Auch gerade. Kannst du mir mit dem Kackertagen. Schau, kommt der Auto drauf. Ich weiß aber wo jemand da ist. Ich bin hier nur mit der Autobahn. Ja, macht ja. Er stellt mit den Krafträder auf. Er hat mir erzählt, er ist jetzt gerade im Posten irgendwie. So, was machst du denn da? Ja, mit den Krafträder aufstellen. Ja, das ist wunderbar. Ja, das. Ja, und. Ostländerwein von Gott. Ja, beide Osten. Und das Auto. Und. Hab ich den zwar nicht gesehen. Aber. Ja, genau. Aber, da sind alle halt. Die Darrette. Die Darrette. Und vielleicht hat er auch noch. Und hier das Grundradier ist. Und er hat. Neugendangebracht. Und er hat nachtsgefährst. Aufstehen. Neugendangebracht. Das ist auch. Kleiner Kilometer. Ein Zappigen. Neugendangebracht. Und so ist auch mit ihr. Wattenscheidung. 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 Bis jetzt. Man bleibt stattz. Man bleibt gleich mit. Ab C14. Ja, hier war ich noch nicht. Da ist ein Bahninschluss. Und von intrigued hat man doch gehört. Als erstes hat man gerade nach der Grenzaöftung gehört. Und hier. Was Observatrur und neben der Re manifestation. Ja, war da noch nicht. Also war klar, bei gleich mit in Zukunft. Das ist für den Sicherheitsdienst am Bahnhof und insgesamt der eine oder andere Form. Da hat sich die Deiche schon vorzeitig gewaschen, dass man dies gesehen hat. In 300 Ritern am Ende der Straße rechts abweg, in die Hauptstraße. Und die Dame vom Kiosk, die das alles gesehen hat, die hat mich noch nicht für voll genommen. Irgendwas war da, das waren Unstimmigkeiten. Letztendlich ist da keiner. Fünfmal kein Wort. Jetzt rechts hab ich. Rechts, rechts, rechts. Jedfalls war da was Unstimmig. Das hätte jeder gemerkt. Und das Dumpse wäre nun nicht. Aber das wollte ich. Ich bin jetzt nicht verduft, seit einiger Zeit. Aber war schon besser. Jetzt in das Volk hier im Osten. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Also rechts, rechts, rechts. Also See. In 300 Metern rechts abbiegen, in die Waldstraße, dann rechts abbiegen. So, lass uns mal rechts abbiegen. Wie ist das da? Jetzt rechts abbiegen. So, lass uns mal rechts abbiegen. Wie ist das da? Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ja, das wird natürlich dann was untergreht. Und das... Jetzt hängt das auch längst an den Platzbauen. Und noch sagen, dass wir es sehen. Wir wollen auch davon jetzt weiter. Wir wollen jetzt hier weiter. Und beim Schirm noch hier längst. Und da ist jetzt wieder so viel und kack! Und so besser, das ist alles in der Linie. Und ich glaube, das soll wohl auch so aussehen. Wie hier. 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 In 300 Metern. Am Ende der Straße rechts abbiegen. In die Feldstraße dann rechts abbiegen. Da sieht man das Ganze hier, wenigstens die Kulade absehen. Die rechte Seite, habe ich aber nicht gezeigt. Jens rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Da und da und da und da. Das ist ein kleines Abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links zusammen, das ist hier rechts erreicht. Und dann gehts abbiegen. Da haben wir einen kleinen, ganz guten Griff. Da haben wir so etwas inzwischen herangegeben. Und das müssen wir machen, wenn wir eine bestimmte Folge oder eine bestimmte Funde fahren wollen. Das müssen wir aber so machen. Das war ja normal. 3,5 Kilometer der Strasse. Jetzt fahren wir mal den Selfie. Aber jetzt ist das schon halbiert hell. Können wir uns sehen. Und es geht heute bis kurz vor Warschau. Jetzt können wir das noch nicht durchhalten. Aber ich glaube, die Tage sind ja nicht mehr so lang. Jetzt sind wir noch mal. Ich glaube, wir sind jetzt um 10 abends und Zeit zurück. Das war schon einfach mal. Kann sich auch verlieren. Ich weiß nicht, wie ich wollte. Und mir einer erzählt hat so dicht. Ja, wenn wir da rasenbiegen. Sollen Basen kriegen wir da links fährt. Ja. Wir sind ja zur Seite. Und dann hinten krieg ich ja noch mal einen Schlag. Die Pizzer. Und jetzt weg. Das haben wir hier voll gespielte. Warnanlagen. Das ist ein kleiner Kabel. Das ist ein kleiner Kabel. Das ist der... Das haben wir jetzt noch mal gespielt. Das ist wichtig. Und jetzt. Das ist ein kleiner Kabel.